Hey Battle... Let's play Battlefield 3! Ja, hier wieder Season 2 mit dem Commander Cookie und, äh, mir, dem Prime-Ban, nach ner Ewigkeit in, äh, in, äh, in-CV-Spielen. In anderen... äh, uh, uh, halt, läuft! Ah, kacke, ich bin schon down. Nice. Ich muss mal ein bisschen DPI ein bisschen wieder runterschalten. Oh Gott, ist das langsam. Wir haben schon ewig kein Battlefield mehr gespielt, nur, achso, wir haben so aufgenommen, haben so... Ich glaub, seit ein paar Monaten schon nicht mehr. Aua, 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 aua! Nein! Linke Seite, ja, danke. Ich kann dich leider nicht wieder belegen. Ein Arschloch. Ich bin schon zweimal gestorben, Alter! Hier, hier hast du was zu wieder belegen. Oh. Oh, danke. So, jetzt hab ich ne andere Klasse angenommen. Das ist ja witzig, ab und zu voll der Bug. Naja, wenn, äh, äh... Ja, aber Klasse gewechselt habt, um dich wieder zu beleben, das ist kein Bug. Stimmt! Stimmt! Der ist wegen gewechselt. Loil! Nein, bin gestorben. Ja, Piven belebt mich wieder. Nein, ich bin gestorben. Nein, ich bin gestorben. Der hat nur noch 10%. Der kommt einer um die Ecke. Der hat jetzt gerade fett abgeräumt. Alter, bist du übersteuert. Echt? Nein! Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ohne Scheiß. Schau mal kurz, hab ich übersteuert denn? Nein, ich hab dich so laut. So. Fuck! Ich bin rausgeswitcht und jetzt ist das wahrscheinlich so asynchron, ey. Ohne Scheiß. Tut mir leid, lieber Zuschauer, aber das müsst ihr jetzt so ertragen leider ein bisschen. Ja. Kacke! Mann, das regt mich auf, so ne Scheiße. Warum kann das nicht mehr über Minecraft sein? Oh, Granate. Wie bei Minecraft sein, dass du von der rausswitcht, nix passiert. Bei mir ist das so. Das wär so... Alter, von überall, ey. Ist ja los hier. So, mit der Waffe muss ich jetzt spielen. Der PP9. Jetzt bist du wieder so leise, ey. Nein! Ich will jetzt nicht. Scheiße drauf. Ganz ehrlich. Super. Du bist ein Bob. Unbillig Bob, Alter. Wenn du auf einmal rumschreist und alles krächzt vom Mikro und alles. Meine Boxen zu krächzen anfangen, Alter. Ohne Scheiß. Du hörst mich gar nicht überboxen. Nein, aber... Kopfhörer, Boxen und so, Alter. Ich könnte mich auch... Du Scheiß. Ich bin grad einfach in den Tod runtergestrungen. Ja, schon. Alter, das hätt ich nicht erwartet, dass ich da wieder lebend rauskomme. Ja, ich bin's halt. Ja. Und da werde ich von hinten oben rumkürzt. Trotz mich wie in der Haut zu was her. Ah, 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 ah. Warte. Christian. Ja. Warte. Ich sterbe hier aus der Gegend raus. Lauf mal A, okay. Wer lauft? Wer lauft? Wer lauft? B. Wer lauft? Nein! Alter, der zu viel gekillt, jetzt ohne Scheiß. Ich glaub ich bin hier noch nicht ganz mit meiner Mauseempfindlichkeit zufrieden. Alle auf A. Das ist eine Situation. Wenn man mit seiner Mause zufried... äh, mit seiner... mit seiner Mauseempfindlichkeit nicht zufrieden ist, dann kannst du das Spiel abschminken. Das stimmt. Wenn man die mal verstellt hat, ist das immer doof. Das find ich auch immer das Schwierigste, wenn man... wenn ich... Alter, wenn ich geh... Boah, ich bin so schlecht. Vier, sechs. Ich bin das gar nicht gewohnt, so schlecht zu sein. Also in der... Leute! Ja, ich hab auch grad keinen Traum, ey. Aber manchmal gibt's halt einfach so Runden. Alter, krieg ich den Kill nicht! Ich hab am meisten... Boah, 95 Kill Assist, ey. Ohne Scheiß. Patzen. Kannst ruhig bleiben. Nee. Ich bleib nicht ruhig. Wir nehmen jetzt... Ding ein. Mord er ein? Nein! Warte. Einer war... Ja, der rennt weg. Nein, ich hab... Oh, Kacke. Vielleicht tut mir der Kaffee auch nicht viel. Alter, Mann! Die kommen grad von überall. Mann, das geht mir grad voll auf den Sack. Wie viele Punkte du schon hast. Äh... Ein nur, äh... Nicht wiederbeleben. Ja, deswegen ist Madic auf OP. Madic ist nicht OP. Madic ist einfach geil! Aber du nicht spielen kannst. Nur weil ich nicht auf Madic spiel. Äh... Äh... Klar, Madic ist schon im Klassen auf jeden Fall. Mit vorteilsten. Oh Leute, ich lieg die ganze Zeit grade in meiner Muni-Kiste und denk mir so, hm, man kriegt ein Leben dazu, bitte. Boah, ich find auch keine Waffe, die mir grad daugt. Ohne Scheiß. Ich spiel halt mal mit einer anderen Klasse. Alter, wo? Ohne Scheiß. Ohne Scheiß! Ohne Scheiß! Ohne Scheiß. Spottnis, Spottnis ist sehr wichtig. Ich hab zu viel GTA gespielt. Ich hab zu viel alles mögliche anderes gespielt, um noch zu spotten. Ah, ja! Kill mit der Granatik. Ja, ich hab ja schon gesagt. Wow, schön geworfen war die auch. Alter, sind da viele drin. Alter. Ja? Oh, erstmal. Na, schau. 912, Alter. Kacken. Kacken, kacken. Ich glaub nicht, spiel mir mal M5K. Wär auch nicht schlecht. Außer so ein altes Raun. Ich find ein bisschen zu viele Leute hier. Wir müssen A einnehmen. A geht einigermaßen zum Einnehmen. Ja? Ja. Geht. Das ist so. Alter, was kommt denn da? What the fuck? Alter. 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 Good job, dass du mich wiederbelebt hast. Alter. Oh, das ist krass. Nein. Krieg ihn. Töt ihn. Belebt mich wieder. Ja. GG. Nein. Töt ihn. Da kommt er weiter. Nein. Von hinten links und rechts, Alter. Da ging's gerade ab. Oh, du Scheiß. War das Lied hier im Battlefield? Hammer. Nice. Nehmen wir B ein. Hammer B? Achso, B ist schon eingenommen. B ist schon eingenommen. C, welch. Jetzt sind auf einmal alle eingenommen wieder von uns. Ja, aber C nicht. Dann nehmen wir C ein. Oh, ich bin zu dumm. Alter, du gehst hier aber auch down, weil hier jeder einen geilen Ping hat. Bis auf Level 1. Was hast du denn, Ping? Alter, schaut, schaut, liebe Zuschauer. Hier haben wir die Premium-Ping, weißt du? Ja, aber in Bio 2 kriegst du das einfach nicht geschissen. Wichser, ey. Oh, Scheiß. Ja. Warte. Come on. Nice. Oh Gott. Da kommt einer. Nein. Da kommt noch einer von hinten. Bist du tot? Nein. Er hat mich gemessert. Schnell, mach ihn fertig. Nein. Überall. Da sind so arschviele. Nein. Der Messer hat mich von hinten. Ja, der stört die ganze Zeit. Bei dir, Digga. Oh, Leute. Da waren überall. Ich dachte, das wäre mich nicht. Oh, fuck. Oh, die AV. Wie heißt der? AWAL. AWAL? ASFAL. Nee, ASFAL. Genau, ASFAL. Ich kann den Waffeln haben gar nicht mehr. Alter. Bin ein bisschen dumm. Gerade kommen sie aber überall. Hey, kurze F***. Sag nur das dazu, Alter. Bisschen Vorsicht, Digga spielen. Ich will fahren. Na, vor außen oben ist einer gelaufen. Der ist von hinten. Weg. Der ist weg. Gut. Ich bin jetzt zack zusammen. Ich geh vor. Du gehst hinter mir, weil ich bin Supporter. Du bist einfach Medic. Du kannst mich wieder überleben, wenn ich verrecke. Kommt da wer? Kommt da wer? Nee. Ich hab den gespottet, aber ich hab ihn nicht ganz gekriegt. Oh Gott. Da kommen ganz viele. Zwei Stück. Oh, bei mir auch. Oh. Nein. Nein, da war ich noch. Nein, da holt er mich von oben, Alter. Oh, du Scheiß. Wuuuuh. Pisse. Mein Tiff hier jetzt gar nicht mehr. Weißt du, wie wir mal reinkommen hätten können? Wieso? Wenn man Team Deathmatch auf Moschalkanäle gespielt hätte. Ja, das wäre easy gewesen. Jesus. Alter, da wäre die von hinten lang gebums. Karabiner sind voll egal, du Scheiß. Alter. Ich finde, diese scheiß Laserpointer sind manchmal schlimmer als, äh. Heckleiter. Ja. Alter. Alter, hab ich erst mal gesagt. Voll geil. Aber hier sind viel zu viele Leute drauf. Viel zu viel. Ich glaube, das ist sogar ein 48er, weil mich nicht alles täuscht. Das ist echt kein Wunder, dass das ein bisschen, ja, ein bisschen rupierig abläuft. Alter. Ja, hier ist es schon mal gut, wenn man ein Magazin mit viel, äh, eine Waffe mit viel Magazin hat, muss ich sagen. Oh ja, P, P90 wäre, wäre da eine gute Wahl. Ich hab die P, P19. Die geht richtig gut. Nein! P19? P19? Nein, gut, die hast du nur... Hast du die nicht? Äh, bestimmt, aber... Mit welcher Klasse hat... Mit allen. Ist das eine All-Klasse oder was? Ja. Ja. Ja, aber die ist, glaube ich, eine Achievement-Waffe auch. Krass, ja. Ich bin ja gerade am Achievement-Weiter-Farm, deswegen spiele ich überhaupt mit unterschiedlichen Waffen. Oh, da stand ja einer. Alter, wie lang die M16A3 ist mit Chaldy, Alter. Ohne Scheiß. Krass. Hier ist eine Munition. Ich hab einen feindlichen Soldaten in eurem Bereich und sich mit Over. Ich renne hier gerade mit Abendbrust. Machst du das? Und hab einen Arm ausgeschliffen. Die Medics auf Leichen gammeln, Alter, ohne Scheiß. Jawohl! Alle rennen immer hin, wenn jemand stirbt. Ja. Ähm, ich wähl C4. Und im schlechtesten Fall fallen dann alle gleich aus den Wolken wieder, weißt du? Alter, ohne Scheiß. Boah, Alter, was hab ich da für'n Setup? Rot-Punkterfahrt. Alter, was nen Scheiß. Ich glaub, ich hab's noch überlebt, gerade so. You team loosed! Yay! Weee! Yay! Das war wieder ne weitere Folge Battle 3 mit dem Simon. Also schalte das nächste Mal wieder ein, wenn wir besser sind. War das nicht ein bisschen kurz? Das waren 13 Minuten. Oh, ey! Alles klar. Ja, vielleicht musst du ein bisschen... Okay, zwei Minuten ziehst du ab. 14. Also zwölf Minuten. Das ist doch gut. Also ganz ehrlich. Das ist wunderbar. Wir sind bei Battle Black Ops 2. Zwei machen wir auch nicht immer so ewige Folgen. Also von dem her. Das ist immer so ein Schmankerl für zwischendurch, weißt du? Ach, Schmankerl. Das wissen wahrscheinlich die meisten gar nicht. Das heißt... Ja gut. Also dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis denn. Tschüss!